Hallo und herzlich Willkommen bei GameModeOn. Mein Name ist StrawTech und ja, es gibt einen weiteren StarCraft 2 Shoutcast. Es spielen gegeneinander Pack Michi gegen, ja, wir nennen ihn einfach mal Strichy. Da sind wir einfach raus, Strich mir steht. Ein PVZ und ich bin gespannt, was hier passieren wird. So, in der Friedenphase ist natürlich erstmal mit der Overlord zum Scouten geschickt. Da es nur One Base gibt, gibt es natürlich auch für den Overlord nur einen Weg. So, und falls ihr im Hintergrund Geräusche hört, ist das mein kleiner Bruder, der mir voll auf den Sack geht und einfach nur am Labern ist. Also erstmal der Pylon gestellt für die Wall, das macht man halt gegen Zerg, versucht man da zu wallen, um frühe Pushes zu verhindern. Funktionen nicht immer, meistens wird aber auch mittlerweile ja bei Zerg Makro gespielt und nicht mehr so... so cheesiger Scheiß, wie ich immer spiele Tenpool oder so. Na, ihr wisst, was ich meine. Hier wird auf jeden Fall hart hochgedronet auf F14, so wie es aussieht. Dann gibt es entweder die Hedge First oder den Pool, da bin ich mir noch nicht ganz sicher. Hier wird auch momentan einfach nur hart hochgedronet, also da ist kein Anzeichen von irgendwie was, dass irgendwas gebaut wird oder so. Also wirklich gibt es einfach nur Probes, Probes, Probes. Und, ähm, das kann natürlich heißen, dass wir entweder eine ultimativ frühe Echse sehen, da er ziemlich viel spart anscheinend. Ähm, oder es kommt irgendwas komisches. Oder er will natürlich sich erst noch die Scouting-Informationen beschaffen, die er braucht. Die Probe auf jeden Fall hart angettet. Bei Striche kommt zuerst der Brutschleimbool. Also übrigens, ähm, das ist ein Devil-Tag. Nur mal so nebenbei. Ich hätte auch Devil-Tag sahen. Oder ist das Devil-Tag? Ich weiß es nicht. Einer von den beiden auf jeden Fall ist Devil-Tag. Und, ähm, wir bleiben bei Striche und Peck Michi. Das ist pissed ganz gut. So, hier wird noch ein bisschen die Echse delayed. Macht aber an sich nichts. So, jetzt kann er die Echse setzen, ganz gechillt. Und auch hier, wie ich vermutet habe, eine ultra-ultra-schnelle Echse. Jetzt kommt die Schmiede. Dann wird sie vorne ein Pylon geben. Ähm, ja, hier ist der Pylon. Da kommen hier die Gates dran. Und die Cannons, um das Ganze hier zu defenden. Das hier oben ist natürlich sehr, sehr greedy. Vor allem als Plutterspieler. Denn die brauchen halt ein... Bekanntermaßen ein wenig länger, um die Units rauszuhauen. Welche dann aber auch dementsprechend stärker sind. Und, ähm, ja. Da können ein paar Linke schon extrem viel Stress und Schaden machen. Aber wir sind am Production-Tab. Äh, es gibt nur ein Pärchen. Scouting-Linge. Und das war's. Okay, zwei Pärchen sind es daneben. Ich weiß nicht, ob da noch was kommt. Aber die Queen ist auf jeden Fall auch schon auf dem Weg. Und dann gibt's erstmal die Injects. Irgendwann wird's ein bisschen dauern, bis die zweite Queen kommt für den Cruise-Spread. Und natürlich die dritte wird auch relativ schnell nachkommen für die Base. Für die erste Echse. So, wie gesagt, hier kommt jetzt nochmal das Warp-Gate. Hier kommt die Cannon. Ähm, das könnte jetzt so... Sieht so aus, als würde das so dicht machen. Was ziemlich sinnlos wäre. Denn dann könnten die trotzdem hier so durchrennen. Ähm, also geh ich mal davon aus, dass hier früher oder später noch ein Pylon oder sonstiges kommt. So, Linge versammeln sich kurz ein bisschen, damit sie rein können. Vier Linge sind auf jeden Fall am Start. Eine Cannon ist auch schon da. Und die geht nach vorne und sehen... Uh, Cannon. Einer tot. So, das war ein Circling-Verlust. Die Linge können auf jeden Fall durchrennen. Knuspern. Knuspern jetzt die Hexer an. Wie gesagt, wie gesagt, das dauert ein bisschen, bis die ersten Units draußen sind. Und ich denke mal, da wird auch gleich früher oder später der Bersi kommen und der wird da draußen in Krone boostet. So, jetzt verliert er auch noch eine Probe. Oh, das hat sich jetzt schon gelohnt. Wenn er den auch noch kickt, dann... War das auf jeden Fall definitiv ein lohnenswerter Angriff. Denn dann steht 100-100 Minutes lost. Hier oben der Obi am Scouten. Sieht, was hier abgeht. Sieht, schön hier den Pylon, die Schmiede und auch die Cannons in Range. So, die beiden ziehen sich wieder hoch und das Ganze wird erstmal bleiben gelassen. Und jetzt ist der Berserker da. Und das heißt, ja, hier wird nichts weiter passieren. Reindrennen kann er nicht. Jetzt kommt hier das nächste Gate. Und damit wäre die Seite so... Warte mal, damit... Warte mal, warte mal... Was? Das sieht verdammt, verdammt... Ah, hier ist noch ein Durchgang. Ich wollte gerade sagen. Das sieht verdammt dicht aus, das Ganze. Ähm... Aber ist es noch nicht. Auf jeden Fall bei Strichy. Die nächste Queen ist draußen. Wie gesagt, die Crew-Thread-Queen ist auch am Start. Hier wird injectet. Hier kann injectet werden. Dritte wurde genommen. Und ist auch schon ready. Ähm... Dann wird hier gleich... Ja, die Queen ist auch schon auf dem Weg. Es wird hart hochgedroht. Immer noch. Also nichts, was irgendwie Arby bringt. Ähm... Die Linger haben genug Stress gemacht, um das Ganze einfach zu verhindern, dass hier was passiert. Und ähm... Der Core ist schon durch. Mit der Warp-Gate-Technologie. Jetzt kommt, was das geht. Wie gesagt, dass es hier komplett dicht macht. Er hat eine ziemlich komische Wall, muss ich sagen. Und die Cannon steht ziemlich offen. Das ist das Problem. Man sollte die Cannon immer ein bisschen schützen, sodass die Cannon nicht direkt angegriffen werden kann. Weil wenn jetzt Bailinger kommen und die hier reinrollen und... WUTSZ! Dann war es das mit der Cannon. Dementsprechend braucht man immer ein Vorgebäude, um das ein bisschen besser zu verteidigen. Ähm... Ja, Creep-Thread, wie man sieht. Hervorragend ausgezeichneter Creep-Thread im Moment. Alles wird injected. Okay, da fehlt im Moment noch ein Injector. Komm da! Injected. Es wird immer noch hart hochgedronet. Also wirklich übelst hart hochgedronet. Ähm... Wenn wir kurz auf das Unit-Tab gehen, sehen wir auch, dass es 52 zu... Also mittlerweile... Nochmal, nochmal, nochmal... 56 zu 43, ähm... Wo er steht, jetzt ist noch mehr geworden. 58. Hier sind zwei Probes zu viel. Hier sind genau richtig viele Probes. Sobald hier das Gas genommen wird, kann man natürlich noch die drei dann packen. Dann wird das Team ein bisschen weniger werden und dann passt das Ganze auch wieder. Ähm... Die drei Berserker gehen nach vorne. Das sind drei fucking Berserker. Und wir haben hier... 4, 5, 6, ein paar Linge. Die Queens verziehen sich. Linge kommen. Die Queens supporten das Ganze. Von hinten. Versuchen das Ganze hier ein bisschen zu blocken, dass die Queens halt drankommen. Sehr schön geblockt hier den Berserker. Und jetzt kommt ja nichts mehr an. Die Queens waren zu weit hinten in Auto-Position, aber das hat trotzdem gereicht. Die Berserker sind down. Speed-Upgrade wieder vor 16 weitere fucking Länge kommen nach, um das Ganze hier gleich früher oder später zu überrennen. Ja, im Moment halt ist hier auch alles offen. Also, die könnten hier theoretisch so WUTS durch und WUTS alles kaputt machen. Ja, ich weiß nicht, was ich übertreibt gerade ein bisschen, aber so in der Art ist das. Oh, fuck! Zwei Oracles. Ähm... Hier haben wir eine Queen. An der Front haben wir eine Queen. Wo sind die nächste andere Queen? Also, wir haben auf jeden Fall genug Queens am Start, die das Ganze defenden könnten theoretisch. Denn Oracles machen an den Queens nicht ganz so viel Schaden, sondern mehr an den Linken. Und dafür sind es auch schon viel zu viele. Des Weiteren sehen wir den Schösling. Dazu kommt das Speed-Upgrade für die OVs und das Level-Einser Melee-Upgrade für die Ground-Units. Äh, beziehungsweise Melee-Upgrade, hä? Ist ja, Ground-Units. So, auf Seiten von Backmachie sehen wir hier das Level-Einser-Air-Attack-Upgrade für die Oracles, dass die ein bisschen mehr Schaden machen, wobei Oracles allgemein ein ziemlich übelst Hardcore-Echo-Kicker sind. Und ja, auch so übelst viel Schaden machen können. Jetzt kommt die ganze Linge. Surrounded the Berserker. Ja, zwei Linge verloren und Berserkers down. Fairer Tausch, 50 zu 100 Minerals. Ähm, ja, wenn ich fand's fair, für Stiche zumindest ist es auf jeden Fall richtig gewesen. Ähm... Jetzt kommt auch noch das Bailing-Nest. Das heißt, wir werden Bailinge sehen. Bailing-Mutalisten. Ähm... Ja. Wir haben hier mittlerweile vier Oracles mit ein bisschen Energie, die einfach mal instant eine komplette Eco-Strotten könnten, theoretisch. Wie wir wissen, sind die einfach extrem, extrem stark gegen, ähm, Worker. Aber, was haben wir hier? Wir haben hier Creeps-Thread. Wie Sau. Und dementsprechend weiß jetzt Strichy, was kommt. Queen zieht sie zurück. Beide Queens sind jetzt auf einen Haufen. Und wir sehen, ähm, so viele Oracles machen dann doch ganz schön viel Schaden. Jetzt wird die Eco gekickt und ein bisschen was rausgenommen. Wir sehen, wie einfach, wie schnell es einfach weggeschmolzen wird. Boom, 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 tot, tot. Und jetzt sind die Mutalisten da. Und damit war's das mit den Oracles. Denn die Oracles können keine Air-Units angreifen. Und, ja, sie haben extrem viel Schaden an der Eco gemacht. Das muss man dazu sagen. Wenn wir's kurz auf's, äh, Lost-Tab gucken, sehen wir dann. Na ja, gut. Jetzt ist es momentan Strichy hinten mit den, ähm, Losts. Aber hat mittlerweile seine Vierter auch schon am Start. Und, ähm, ja, überwärts Vorcrawler gesetzt, um weitere Engages mit Oracle zu verändern. Also weitere Harassment-Versuche. Ja, die Berserker haben natürlich jetzt keine Sonne gegen die Mutalisten. Es kommen ein paar Phoenixe. Dazu kommt der Anomla... Was bringt denn dieses... Müsste dieser Upgrade sein? Ja, das ist ein Range-Upgrade, genau. Da wird die Range der Phoenixe erhöht. Welches auch gebraucht wird, um hier die, ähm, Mutalisten engagen zu können. Und auch effektiv zu bekämpfen. Ganz, ganz wichtig. So, wie gesagt, Creeps-Threat läuft wirklich hervorragend, muss man sagen. Da geht ein Kriecher-Tumor down, ein zweiter geht down. Ah, ah, drei down. Alle, alle Kriecher-Tumore wurden hinein. Dadurch wird der Creeps-Threat natürlich ein bisschen aufgehalten. Aber das sollte nicht so tragisch sein, denn... Wir sehen, aua, 38 Linge werden nachgepumpt. Dazu kommt das Mutalisten-Nest, die Versäuchergrube, das Level-1er-Cutabies-Upgrade, das Level-2er-Belay-Upgrade und das Level-1er-Air-Upgrade. Attack-Air-Upgrade, Air-Attack-Upgrade, äh, ja. So, Mutalisten wissen wir jetzt auch. Oh, Berserker-Futter, on down, on down. Ein Berserker down, zwei Berserker down und drei Berserker down. So, hier versammeln sich jetzt in die Länge. Wie gesagt, wenn diese zu B-Lingemorfen, können die natürlich einfach so effektiv einmal Britzel, Britzel durchrollen und alles ist tot. Ganz gechillt. Ähm, wobei, dafür wird ihnen wahrscheinlich das Gas fehlen. Das Gas ist gar nicht mal ganz so billig. Ähm, die Zertifogalhaken sind auf jeden Fall gleich durch. Hier kommt wieder ein N-Gage mit einem Haufen Phönixen. Ja, Mutalisten sind ein leichtes Tickeln zu spät, aber okay. Level-1er-Schild und Level-1er-Air-Attack-Upgrade ist schon durch. Level-2er-Air-Attack- und Level-1er-Death-Upgrade ist er auf dem Weg. Und hinter wurde wieder was ihr kriegt. Wie gesagt, ähm, Phönixen sind einfach extremst nervig. Aber, wir sehen Versäucher. Versäucher werden das Ganze dann, ähm, fangeln und dann werden die früher oder später fallen. Und auch die Hydralisten-Baus durch und das, ähm, Range-Upgrade für die Hydralisten. Das heißt, wir werden auch noch eventuell die Hydralisten sehen, die das Ganze mit-defenden. Auf dem Weg ist jetzt das Level-1er-Death-Upgrade für die Air-Units. Und die Portugendrüsen, also die Anfangsenergie, der Versäucher wieder erhöht. So, jetzt kommt nochmal, einfach mal dem Instant. 13 Mutalisten nach und 20 Linge. Mutalink-Hombi kann stark sein, muss es aber nicht. So, des Weiteren kommt jetzt die Muskelfaser-Verstärkung für die Hydralisten, damit diese sich auf Aufgriff schnell bewegen können. So, Mutalisten sind durch. Das heißt, hier kommt bald irgendwann ein N-Gage. Dann werden auch die Phönixe keine Sonne mehr haben, denn das sind einfach viel zu wenig, um so einen riesen Haufen an Mutalisten, ähm, zu killen, sag ich mal, oder zu deffen. Wir sehen... Warte mal. Hat er die abgebrochen, die Mutalisten? Er hat die Mutalisten abgebrochen, glaube ich. So wie es ausschaut. Er hat die Mutalisten im letzten Moment abgebrochen und baut stattdessen lieber Hydralisten. Also haben wir jetzt mal da eine Kombination aus Hydras, Verseuchern, Ling und Mutalisten. Was? Naja. Ne Chaos-Kombi halt. Einfach alles durcheinander geschmissen. Jetzt werden noch ein paar Bailing dran gemorpht. Oh, das könnte gefährlich werden. Zack, zack, zack. Oh, wie viel Schaden die einfach machen an den Air-Units. Das ist richtig krass. Muskelfaser-Verstärkung ist gleich durch. Dann heißt es ja auch, Off-Creeps sind die Viecher schneller. Level 2er Carl Tapis Upgrade und das Level 2er Range Damage Upgrade für die Utalisten ist auf dem Weg. Jetzt wird hier der komplette Creeps Threat destroyed. Also alle Creep-Tumore werden hier nach und nach abgepflückt. Jetzt kommt die Linge. Bei den Linge geht rein, du dudes. Oh, das hat weh getan. Das war's dann wohl mit den Berserkern. Ja, jetzt kommt die Ultralisten-Höhle nach. Dazu kommt das Level... Ach, die Adrenalin-Düsen. Also das Attack-Speed-Upgrade für die Linge. Auf Seiten von Pac Michi. Er hat seine Vierte mittlerweile gestellt. Hat aber nicht viele an Yunus raus und einfach ein paar... Ein paar... Ähm... Phoenixe. Ein paar Void-Grace. Also nicht... Das ist wirklich nicht viel. Können wir mal gucken. Zwei Voids, 13 Phoenixe, 3 Hetzer und 2 Berserker. Ähm, was hab ich jetzt denn gemacht? Oh, jetzt hab ich das falsche Gesicht gemacht, so. Jetzt sehen wir, wie einfach alles reingeht. B-Linge, komm! B-Linge! B-Linge! Und... Oh, wie schön! Ich liebe jetzt den B-Linge irgendwo reinrollen und einfach alles zerstören. Ähm... Versuchen hier... Haben wir hier... Auf jeden Fall versucht hier den... Ein... Blöden Herzen herauszunehmen. Hat nicht ganz geklappt. Die Versuche hier alle... Out of Energie. Haben keine Energie mehr. Die Dritte wird, ähm... Gekickt. Das heißt, dann geht's auch direkt an die Vierte weiter. Wenn er das, äh... Gesehen hat, dass da die Vierte steht. Aber ich gehe davon aus, denn er hat hier irgendwie... Auf Position. Und, ähm... Eine Kern steht da. Und, ja. Ich denke mal, die hat den Ovi eventuell sogar angehittet. Gab irgendwann mal. Das könnte eventuell sein. Nee, ich glaube nicht. Entweder nochmal kurz zurück. Jetzt geht's auf die Vierte. Ähm... Vier... Die Fünfte von Striche ist mittlerweile durch. Das ist aber nur das Gas, ähm... Saturiert. Ja gut. Gas braucht man natürlich auch ein bisschen mehr. Hat jetzt... Auf jeden Fall genug Minz und Gas am Start. Zwei Trägerschiffe. Drei Trägerschiffe sind da. Drei Trägerschiffe. Ja, das Ganze hier dringend sein. Aber... Ausgezeichnis des Microwave wird nach vorne gemacht. Und die Trägerschwerden draus... Und... Ja. Pack Michi verlässt das Spiel. Strichy war siegreich. GG an Strichy. Ähm... Devil Tech? Ich denke mal das könnte auch Devil Tech sein. Denn Devil Tech spielt Main... Zerg. Ähm... Befindet sich mit diesem Account in... einer niedrigeren Liga. Spielt gegen... Masterspieler. Und... Ja. Das kann natürlich dann wohl sein. Ähm... Ich hoffe das Ganze hat euch gefallen. Ich sag alles schon einmal. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Bye bye.